So, da wollen wir mal heute alle meine Geschenke öffnen. Und da ist ein Champagneil dabei. Wir haben erstmal ein Ticket hier. Vier-Stern-Roulette. Cash-Money. Gut, drei Sterne. Ich bin gegen Glücksspiel, auf jeden Fall. Das rolliert einen. Ähm. Machen wir einen kleinen. Oh. Jawoll. 30. Scheint schon viel zu lang. Ja. Ja. Herr Pfeffer. Interessant. Ticket. Autohagai. Abonn ist komisch. gewichtsreduktion stupe 5 alter was das ist gut alle drei sterne noch mal und 1 daneben das wäre viel gewesen wie viel gibt das 500.000 bräuchte das hätte eine mille gegeben ist doch geil alle 500.000 beim vier sterne ticket noch mal vier sterne gut machen wir zum schluss ja 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 Okay. Aush. Kaboom. No way. Alter, wieder 500.000. Ja. Ich hab Schlimmeres. Fünfer. Ja, Auto. Amizubishi. Lanze der Belosung. Freilich. Rallycar. 650. Geiles Ding. Für Schnee ist das... ...die neuen Strecken bestimmt cool, ey. Geil. Geil. Sehr cool. Nein. Ich hab den Porsche fast gekriegt. Ach, fast. Scheiße. Oh, Mann. Der wäre geil gewesen. Ich glaub zwei Milo kostet er. Oder eins. Ich glaub zwei. Ach, scheiße. Knapp. Egal, nimm er das. Drei Sechser nach. Muss hohen. Aua. Ford Shelby, ey. Ford Shelby, ey. Fiedermotoren. Sechser sind Motoren, oder was? Supra RZ Bomber, Mann. Richtig gut. Geiles Auto, Mann. Junge, Junge, Junge. Im Sechser halt. So ein Scheiß, ey. Egal. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.